Es geht um den Pilz. Nicht den Fußpilz oder Champignon. Es geht um den Heizpilz. Der soll in Tübingen in diesem Winter wieder erlaubt sein. 2007 war er wegen seiner schlechten Umweltbilanz von den Terrassen der Restaurants verbannt worden. Zur Rettung der Gastronomie soll jetzt eine Ausnahme gemacht werden. Dabei geht es um Arbeitsplätze, aber nicht nur. Es geht um das Zusammenleben in der Stadt. Kneipen und Restaurants schaffen Gemeinschaft, genauso wie Sport, Theater, Gottesdienste und Konzerte. Wir müssen endlich anfangen, all diese Orte zu retten. Unter Corona-Bedingungen natürlich. Sonst vereinzeln wir und die Vereinzelung leistet wirrem Denken Vorschub. Deshalb sind Heizpilze für mich okay. Ausnahmsweise.